Gabriel Kuhn ist Schriftsteller und Autor von Büchern, die sich mit dem Poststrukturalismus und Anarchismus beschäftigen. Er veröffentlicht Werke in deutscher und englischer Sprache, Leben und Denken. Gabriel Kuhn ist in verschiedenen Ländern aufgewachsen, unter anderem der Türkei, England und den USA. Nach einem Philosophiestudium in Österreich und den USA lebte er im Nahen Osten und der südpazifischen Insel Welt, bevor er in die USA zurückkehrte. Seit 2005 lebt er vor allem in Schweden. Kuhn setzt sich vor allem mit der philosophischen Denkrichtung des Poststrukturalismus auseinander. Sein Werk ist wesentlich vom klassischen Anarchismus und den angloamerikanischen Kulturalstudies beeinflusst. Er verfolgt dabei das Anliegen, Theorie in konkreten Bezug zur Praxis zu bringen und als Aspekt seiner politischen Aktivität zu begreifen. In Anlehnung an anarchistische Konzepte verweist er auf solidarische Ansätze abseits von Unterdrückung. Seine Schriften richten sich vor allem an Aktivisten und Wissenschaftler in linken und linksradikalen Zusammenhängen. Im Januar 2010 war Kuhn gezwungen, eine Vortragsreise in den USA abzusagen, da ihm keine Einreiseerlaubnis gewährt wurde. Tätigkeit Politisch aktiv ist Kuhn seit 1989. Anfang der 1990er Jahre war er für einige Jahre im Tatblatt-Kollektiv. Innsbruck tätig und veröffentlichte im anarchistischen Wiener Verlag Monteverita unter anderem Leben unter dem Totenkopf. Anarchismus und Piraterie 1994 Dieser Text erschien auch in englischer Übersetzung als Teil des Buches Women Pirates and the Politics of the Jolly Roger in Kanada. 1997-1999 war er einer der Mitbegründer des Publikationsprojekts Alpine Anarchist Productions und entwickelte sich zu deren aktivstem Schreiber. Am bekanntesten wurde das 2005 erschienene Anarchist-Football-Manual, das sich diesen populären Sport aus anarchistischer Perspektive nährt und den radikalen Aspekt seiner Geschichte und anarchistischer Praxis darstellt. Weiter schreibt er für Zines, vor allem für GWM Delumba, ein Punk-Eishockey-Zene aus San Francisco. Seit seiner Rückkehr nach Europa hat Kuhn vor allem im Unrast Verlag publiziert. Tier werden, schwarz werden, frau werden. Eine Einführung in die politische Philosophie des Poststrukturalismus etablierte sich als linke Einführung in den Poststrukturalismus. Neuer Anarchismus in den USA Seetel und die Folgen Eine Sammlung zeitgenössischer Schriften US-amerikanischer Anarchisten und anarchistischer Organisationen, die das wieder erstarken der seit den 1920er Jahren marginalisierten anarchistischen Bewegung in den Vereinigten Staaten seit den Auseinandersetzungen in Seetel widerspiegeln, wurde von der Bibliothek der Freien als Buch des Jahres 2008 ausgezeichnet. In den USA arbeitet Kuhn eng mit dem Verlag PM Press zusammen. Dies steht auch in direkter Verbindung mit seiner Übersetzungstätigkeit, die vor allem die deutschen Anarchisten Gustav Landauer und Erich Müsam betrifft. Bei den niederländischen Pinkster-Landdagen hielt er 2010 eine Lesung über libertäre Bewegungen außerhalb Europas. Südafrika, China, Japan, Israel und andere Werke Leben unter dem Totenkopf Tier werden, schwarz werden, Frau werden Jenseits von Staat und Individuum Neuer Anarchismus in den USA Gregory Jackson, tötet den Bullen in eurem Kopf Vielfalt, Bewegung, Widerstand Von Jakarta bis Johannesburg Straight Edge Unter dem Jolly Roger Bankraub für Befreiungsbewegungen Walter Schwarz